Hallo, ich möchte euch heute hier mal ein paar Bilder zeigen von einem wunderschönen alten Oldtimer. Wenn ihr das Teil etwas genauer sehen möchtet, drückt einfach die Pause-Taste und zoomt es euch heran. In meinem Kanal findet ihr auch noch viele weitere Oldtimer aus DDR-Zeiten, die ihr euch auch alle gerne ansehen könnt. Wenn euch dieses gute Stück hier auch so gut gefallen sollte wie mir, würde ich mich über eine positive Bewertung von euch her sehr freuen. Also viel Spaß beim Ansehen der Bilder. Wie ein Verschleung! Wie ein Verschleung! Wie ein Verschleung! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017